ja leute und was geht heute schön wir eine runde vor da ist mit luka luka ja und ja das geht gerade nicht mit dem gruppe wir können gerade nicht in eine gruppe also machen wir es jetzt mit der lobby zähl mal runter jetzt runter ja wo ich heute schon eigentlich drin ich habe mir sogar einmal habe ich mir schon gekauft müssen gucken das video los und den satz herunter drei zwei eins suchen da was willst du alter äh wie viele spieler sind bei dir ne 59 58 57 ja ja das ist ja das nö 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 der Kreise nö 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 Hä?! Wieso wurde ich gerade zurückgekickt?! Ey, ich werd die ganze Zeit von irgendwelchen Leuten umgeschmissen, Alter! Ja, ich bin ganz weit hinten eigentlich. Der Kreisel! Nein, ist es nicht! Weil jetzt ist wieder meine Hassstelle, wo ich immer rum... Er springt einfach nicht, Alter! Das ist jetzt meine Hassstelle, wo ich... Die letzte! Mit diesem Tor da... Wieso werd ich jetzt rumgekickt? Naja... Bam! Qualifiziert! Bist du auch qualifiziert? Was? Bei mir... Die sind... Es sind noch nicht mal 40 durch! Ich war neunter! Weil die alle verkackt galt! Ja, ich hab... Ja, das war aber Verzögerung wegen Party! Da ist auch immer ne leichte Verzögerung! Also... Naja... Ich muss früher drücken, als du... Als du Go sagst! Weil Party hat doch Verzögerung! Wenn du Go sagst! Hast du schon lange bereit gedrückt! Ja, richtig! Ich sag 321 Go! Du musst natürlich bei 1 los, mal drücken, dass du bei Go richtig bist! Das ist bei Go! Doch! Die Verzögerung ist so scheiße krass bei Party! das hört man doch auch wenn doch bei mir aber merkt man auch wie manche also wie andere leute dann immer später reagieren als ob man eigentlich sofort reagieren könnte was ist das jetzt hol dir einen schweif schüt 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 Und wie gibt man die die ab? Achso, ja gut, wir gewinkeln. Ich habe einfach gerade einen Teammate, den links geklaut, den Schweif. Ja, qualifiziert! Bist du qualifiziert? Oder hast du verkackt? Ihr habt verkackt, oder? Ja, ich spiele gerade noch die Runden. Ich muss mal gucken. Egal, wir machen einfach weiter. Ja, Lukas hat gerade den größten Fail gehabt, Alter. Ja, okay, lassen wir mal so stehen. Ja, sie bin ich in Stahl, hallo! So, ich hatte mir mal ein bisschen. Wann wird sie denn eigentlich mal wieder GTA spielen? Die Leute wollen GTA sehen, in den GTA-Video ging durch die Decke. YouTube-Grenzplatz 1000. Wollen sie mal wieder GTA bringen? Naja, muss mal gucken. Wann? Dafür brauche ich noch irgendwas. Ja, dann fahren wir mal ein bisschen rum und so machen. Ein bisschen scheiße. Außerdem, Simon. Was? Ja, ich weiß, ich habe auch früher beendet. Hat nicht mehr wirklich viel Bock gemacht. Daher, ja. Und das erste Mal hast du zweimal Folge 17 gemacht? Ja. Ja, also ich sage, wieso? Weil die andere Folge gefehlt ist bei mir irgendwie. Oh, qualifiziert. Ich bin der letzte Jahr runtergefallen ist. Ich bin qualifiziert schon mal, bin ich in der nächste Runde. Ich meine, jetzt musst du gewinnen, sonst bin ich enttäuscht. Jetzt ist es, glaube ich, die letzte Runde. Es leben noch 16 Leute. Ja, vorletzte. Vorletzte, ja. Ich könnte wahrscheinlich Fußball oder so. Ähm, was kommt? Rock'n'Roll. Äh, was war das nochmal? Äh, irgendwas mit einem Ball oder so. Was soll ich auch sagen? Teamspiel. Ja, Teamspiel. Ja, Teamspiel. Hör, das memorizeer Ich habe schon viel Rennen gespielt, ey. Das war schon krass, das war schön. schon ein paar rennen gefahren ist jemand in euch gekriegt so bei den 5000 rennen ja jetzt mal raus das team weil die schon wieder weg rennen da vorne alter hirn der typ sind zu zweit alleine alter also das ja ja kommen wir haben jetzt schon verkackt alter aber du bist ja noch ein neuling und so dieses spiel scheiß wenn man keine gruppe stehen wir haben es geschafft als zweiter die gelben haben irgendwie als die roten haben die gelben aufgehalten und nicht uns um die gelben haben halt probiert uns aufzuhalten hat und noch elf noch elf leute aber gewinnen werde ich das jetzt spielen gewinnen werde ich das mit doch simon ist gut schaffst das soweit kommen muss jetzt auch zu ende bringen ist das der letzte charakter der simon ja sag mal hallo jetzt du musst jetzt kriegst zu hören okay ich sag hallo okay wenn du musst sofort hallo sagen ja hallo ja du musst direkt sie werden sei da ruhig ich muss mich konzentrieren alter weil das letzte things ist alter und weil ich das an die gespielt habe ne das schaffe ich nicht ja wahrscheinlich alter scheiße verkackt alter come on ja ok